Wir spielen jetzt Founinho in der Variante Maodolo. Maodolo ist ein Alberspieler und deutscher Nationalspieler im Basketball. Und der ist extrem stark und findet immer einen Weg zum Korb. Und das brauchen wir jetzt auch, weil wir spielen mit einem Angreifer gegen drei Verteidiger. Und der eine Angreifer probiert, gegen drei Verteidiger trotzdem einen von den vier Körben zu finden und dort einen Korb zu machen. Alles klar? Und los. Sehr gut. Ball ist bei mir. Ball zu mir. Und die Nächsten sind schon da. Gut. Und los. Und schon vorbei. Ball geht zu mir. Und die Nächsten sind da. Überlegt noch als Verteidiger, wie ihr euch hinstellen wollt. Wollt ihr so stehen als Verteidiger? Super. Dann los. Sehr gut. Super. Und die Nächsten kommen. Drei, zwei, eins. Sehr gut. Super. Ball zu mir. Oh oui, sie natürlich von mir macht. Graft in es lachinerem. Und die Nächsten kam. Hier. Aaaa没有 was. Die Nächsten ist die Nächste. бы Gott behind mir lasst. Ii geht det.